Wenn, dann mische ich mich rein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, für die Weitergabe der Liebesflamme. Ich habe erkannt, dass es so eine Situation war, dass in unserer Kirche ein Christ, ein Schöpfleister, predigt über die Liebesflamme. Wie heißt das, Christa oder wie heißt das, Christa? Christa heisst Oczawajka. Gehre, Admet! Und danach eine Portiermann, als eine Frau, die an dem Portier arbeitet, wollte mir ein Liebesflamme-Tagebuch geben. Und ich habe das, die Wolken zu mir geben, lesen und dann zurückgeben. Und ich habe gesagt, ich habe so viele Bücher, ich habe was zu lesen, ich wollte nicht. Aber sie hat ungefähr drei Mal gesagt. Und danach habe ich gesagt, ja, ja, danke schön. Und dann habe ich langsam lesen, ein, zwei Saiten und meditieren. Und dann habe ich, äh, das, äh, und danach, äh, die Portiermann hat gefragt, ob, äh, habe ich, äh, gelesen, die Tagebuch. Ja, ich habe gesagt, das ist sehr gut, äh, buche. Ich wollte nicht, äh, sie, äh, dass ich kaufen kann. Äh, hat sie, äh, äh, und äh, sie hat gesagt, sie hat nur ein und wollte nicht, äh, was kann, aber kann, kann man bleiben. Äh, nicht, ich kann lesen. Äh, und, äh, danach, äh, ich habe, äh, in der Stadt, äh, jose Kreis, äh, Göryschen, gesucht. Gesucht, äh, und, äh, alle, äh, Bücher, äh, jose Feinweis, wo. Wolltest du, äh, wolltest du, äh, das Tagebuch kaufen? Nicht gefunden. Nein, 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 und, äh, ein Mann hat gesagt, mir, äh, ein ingangischer Mann in Međugorje, hat gesagt, dass, äh, sie kennt, äh, äh, die eigene Sintirini, wo man es kaufen kann, und ich habe dort gefunden, ich habe Christkönig hier, weil sie Anbetung hatten und ich habe so gefunden, sie und sie hat gesagt, dass sie leben in Maria Remete und habe ich auch dort war, ich war am ersten Samstag beim Nachmittagsprogramm bei Rosenkranz und habe ich dort getreffend mit ihnen und habe gesagt, dass ich in der Zeit habe ich erfahren, dass ich wollte mit der Teresa Ort eintreten und habe sie gesagt, das war mein Plan, ich habe gesagt, ich habe gedacht, dass ich wollte überall, wo ich gehe mit der Teresa Ort, ich verkünde die Liebesflamme und ich habe gesagt, dass es wäre gut, dass sie auch zu mir beten, was der Herr will, und danach ungefähr ein Jahr später habe ich erfahren, dass die Herr Gottes wollte, dass sie dort eben eine Liebesflamme-Gemeinschaft und ich habe gesagt, dass sie dort eben eine Liebesflamme-Gemeinschaften haben und ich habe gesagt, dass sie dort eben eine Liebesflamme-Gemeinschaften haben, dass sie dort leben, was der Herr und der Herr Gottes wollte. Und dann steht hier und fast auf dem Menschen gebeten. Söhnen und Opfern. Ja, ja, das ist mein Leben. Lebensweg. Lebensweg, ja. Ja. Vielen Dank.